Liebe Freundinnen des Bleiberechts, schön, dass ihr euch alle hier eingefunden habt, um einer neuen Folge zu lauschen. Heute startet eine neue Serie. Wir werden uns in den nächsten Videos mit dem Thema Duldung auseinandersetzen. Zum Start machen wir heute einen kleinen historischen Rückblick und werden uns dann mit einem Überflug zu dem Thema der Duldung nähern. Wie immer kein leichtes Thema. Also nehmt euch eine Tasse Tee und ein paar Kekse und hört gut zu. Besonderen Dank sei an die migrationsrechtliche Legal Klinik der FH Dortmund gerichtet, in deren Zusammenarbeit dieses Video entstanden ist. Auch ein besonderer Dank geht an die UNO Flüchtlingshilfe, die dieses Projekt gefördert hat. Die jeweiligen Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Fangen wir also mit der Duldung an. Wir werden uns heute in einer ersten Einleitung dem Thema langsam nähern. Dieses Mal werden wir uns betrachten, wann die Duldung zum ersten Mal im politischen Raum erwähnt wurde und wie sie sich bis heute verändert hat. Danach sehen wir mal im Aufenthaltsgesetz nach, in welchen Paragraphen sie sich heute versteckt. Gegenüber 1962 hat der Gesetzgeber bis heute viele Duldungsgründe geschaffen, die wir kurz überfliegen werden. Fast am Ende des Videos werfen wir noch einen Blick, welche Konsequenzen die Duldung für den Betroffenen hat. Bei den Folienprüfer dein Wissen geht es darum, dass ihr euch noch ein paar Gedanken zum Thema macht. Heinrich Himmler als Vater unseres Ausländerrechts hat am 28. April 1938 die Ausländerpolizeiverordnung erlassen. Diese galt nach der Gründung der Bundesrepublik fort. Der Gesetzgeber war der Überzeugung, dass, obwohl sie als Rechtsgrundlage der Deportation von hunderttausender Menschen herhalten musste, keine typische nationalsozialistisches Unrecht sei. Im Dezember 1962 hat die Bundesregierung eine Änderung des Ausländerrechts in die parlamentarische Debatte eingeführt, das Ausländergesetz. In ihr wurde die Duldung in Paragraphen 16 zum ersten Mal erwähnt. Bis dahin hielten sich Menschen, die im Bundesgebiet einen Asylantrag gestellt hatten und der negativ entschieden wurden, hier illegal auf. Schon damals hatte der Gesetzgeber Angst, dass es zu viele abgelehnte Flüchtlinge im Bundesgebiet geben könnte. Immerhin sprachen schon viele Politiker 1956 von einer Flüchtlingswelle, weil 16.284 Menschen einen Asylantrag gestellt hatten. Auch 1962 wurde übrigens im politischen Raum darüber diskutiert, ob Menschen mit einer Duldung die Erwerbstätigkeit gestattet werden soll oder eben nicht. Eine Diskussion, die bis heute anhält. Neu war die Idee, dass geduldete Menschen sich den Ort ihrer Zuflucht nicht selber aussuchen durften. Sie sollten nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt werden. Der Entwurf der Bundesregierung zur Duldung von 1962 wurde dann 1 zu 1 in das Ausländergesetz 1965 übernommen. Achtet mal auf den Text der Duldung, der rechts eingeblendet ist. Die Leute, die mit dem heutigen Gesetzestext arbeiten, wird eines sofort auffallen. Die Kürze des Gesetzes. Heute, ja heute, ist der Text zur Duldung etwas länger. Etwas länger? Einfach zu lang. Versucht ihn nicht an dem Bildschirm zu lesen. Er ist zu klein abgedruckt. Wer es genau wissen will, kann auf den Internetseiten www.gesetze-im-internet.de nachsehen. Die genauen Paragraphen nenne ich euch gleich noch. Aus einem Paragraphen mit zwei Absätzen sind zwischenzeitlich vier Paragraphen mit insgesamt 20 Absätzen geworden. Zu einer klareren Übersicht und einem leichteren Verständnis hat dieses jedoch nicht geführt. Wie oben bereits versprochen, nenne ich euch jetzt die einzelnen Paragraphen des Aufenthaltsgesetzes, in denen ihr die Duldung findet. Der wichtigste ist dabei der Paragraph 60a Aufenthaltsgesetz. Hier findet ihr bis auf drei Spezialfälle alle Informationen zur Duldung. Im Paragraph 60b Aufenthaltsgesetz ist die Duldung für Personen mit ungeklärter Identität geregelt, ähnlich wie die zwei folgenden Paragraphen eine recht neue Norm. § 60c Aufenthaltsgesetz regelt die Ausbildungsduldung und § 60d die Beschäftigungsduldung. Alle einzelnen Normen werden wir uns in späteren Videos im Detail ansehen. Wie heißt es so schön in der Überschrift zu § 60a Aufenthaltsgesetz? Aussetzung der Abschiebung, Klammer auf, Duldung, Klammer zu. Es geht also um die Aussetzung der Abschiebung. Nach der Auffassung des Gesetzgebers kann die Duldung jedoch nicht einfach so ausgesetzt werden, sondern es muss ein Grund vorliegen. Das war in den 60er Jahren noch ganz anders. Dort stand nur, die Abschiebung eines Ausländers kann zeitweise ausgesetzt werden, Klammer auf, Duldung, Klammer zu. Im Laufe der Zeit hat die Politik immer mehr Gründe für eine Duldung eingeführt. Sie seien hier nur einfach erwähnt, in späteren Videos müssen wir uns mit jedem einzelnen Grund noch auseinandersetzen. Hier nun die Gründe im Einzelnen. Aussetzung der Abschiebung durch die oberste Landesbehörde. Tatsächliche Unmöglichkeit der Abschiebung. Rechtliche Unmöglichkeit der Abschiebung. Vorübergehende Anwesenheit zum Zwecke eines Strafverfahrens. Dringende humanitäre und persönliche Gründe. So, ab jetzt muss die Schrift ein wenig kleiner werden. Duldung während des Verfahrens bei konkreten Anhaltspunkten zur Scheinfaterschaft. Gescheiterte Zurück- oder Abschiebung. Eltern von minderjährigen gut integrierten Jugendlichen. Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Ausbildungsduldung. Beschäftigungsduldung. Die Duldung hat für diejenigen, die sie erhalten, sehr unterschiedliche Konsequenzen. Die wichtigste dürfte sein, dass er sich nicht illegal im Bundesgebiet aufhält. Er hat ein Papier, das ihn als einen geduldeten Menschen ausweist. Dennoch ist der Aufenthalt im Bundesgebiet weder ordnungsgemäß noch rechtmäßig. Auch bleibt die betroffene Person weiter ausreisepflichtig und auch die ergangene Abschiebungsandrohung bleibt weiter bestehen. Dieser Zusammenhang ist für viele Kolleginnen und Kollegen, die ausländerrechtliche Beratung in anderen Rechtsnormen machen, sehr schwer vermittelbar. Ein typisch deutsches Phänomen. Obwohl die geduldete Person ein Papier hat und da liegt sie im alltäglichen Leben vieler Einschränkungen. So kann es zu räumlichen Beschränkungen kommen. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ist teilweise verboten, teilweise nur mit vielen Hindernissen möglich. Eine Duldung kann mit Auflösung und Bedingungen versehen werden. Es gibt zahlreiche Mitwirkungspflichten und noch andere Beschränkungen sind möglich. Mit jedem einzelnen Punkt müssen wir uns noch in anderen Videos auseinandersetzen. Ein weiteres Video dieser Reihe widmet sich den Verwaltungsfragen zur Duldung. Dort wird es darum gehen, ob man eine Duldung beantragen muss. Achtung, Spoiler, das ist bei einer Duldung nach § 60a Aufenthaltsgesetz nicht der Fall. Ferner sehen wir uns an, wer die Duldung ausstellt und wie sie aussieht. Prüfe dein Wissen. Unter dieser Rubrik stelle ich am Ende jedes Videos ein paar Fragen zusammen. Für die Mitglieder der Migrationsrechtlichen Liegeklinik der FH Dortmund besteht die Möglichkeit, die Antwort mit mir während meiner Onlinesprechstunde zu diskutieren. Alle anderen können ihre Antwort in die Kommentare ausdiskutieren. Wichtig ist, dass ihr die Antwort nach Möglichkeit nicht alleine sucht, sondern sie mit anderen besprecht. Nun die Fragen. Warum nennt der Gesetzgeber die Aussetzung der Abschiebung Duldung? Was unterscheidet den Begriff Duldung von dem Sprachgebrauch mit dem Begriff der Gestattung, die Menschen während des Asylverfahrens erhalten? Diskutiert mal einfach drauf los. Eine falsche oder richtige Antwort gibt es hier nicht. Betrachtet man den Gesetzestext der Duldung von 1962 und heute, so fällt auf, dass der heutige Text wesentlich länger ist. Was vermutet ihr, warum das so ist? Auch hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Lest euch Paragrafen 60a Absatz 2 und 2b durch. Mal ist eine Duldung zu erteilen, mal kann eine Duldung erteilt werden, mal soll sie erteilt werden. Was ist der Unterschied? Die Wörter ist, soll und kann, kommen sehr häufig in Gesetzesnormen vor. Ihr solltet sie noch aus vorhergehenden Seminaren an der Uni kennen. Wenn nicht, ist hier die Möglichkeit gegeben, sich noch einmal mit ihnen auseinanderzusetzen. Sie müssen ab jetzt sitzen. Was sind für die Betroffenen die Vor- und Nachteile, wenn ihr eine Duldung besitzt gegenüber einem Menschen, der sich ohne Papiere im Bundesgebiet aufhält. Und immer daran denken, nicht alleine versuchen, die Sachen zu lösen. Nur die Gruppenarbeit macht Spaß und ist effektiv. So, dann nehmt euch noch eine Tasse Tee und ein paar Kekse und fangt an. Alles Gute, euer Frank Gockel. Liebe Bleiberechtler, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video auf YouTube angeguckt habt. Nun kommt das tägliche Brot eines Menschen, der Videos auf YouTube veröffentlicht. Und ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Wer mir also ein Essen spendieren will, drücke den Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal. Vergesst bitte auch nicht, die Glocke zu drücken. Euer Frank Gockel.